Tatsächlich hat die Personalpolitik des Trainers versagt. Er bringt drei neue auf einen Schlag. Pedro. Und der ist drin! Ja, da hat er es aus der Distanz probiert. Und wie wir feststellen dürfen, mit vollem Erfolg. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper.